Es sollten romantische Tage voller Glück und Harmonie werden. Doch die Flitterwochen von Fantasy-Sänger Martin Hain und seiner Mäler Rose wurden zum Albtraum. Die beiden wurde brutal ausgeraubt. Im August 2023 heirateten Fantasy-Sänger Martin Hain und seine Mäler Rose ganz romantisch in einer Kirche in Kärnten. Eine traumhafte Zeremonie. Die beiden Schlagerstars schweben auf Wolke Siebte. Ihre Flitterwochen sollten etwas Besonderes sein. Tage des puren Glücks und der Liebe. Doch dann kam alles anders. Martin Hain Mäler Rose ausgeraubt. Begonnen hat es in der Karibik. Cocktails schlürfen, Küssen an weißen Stränden und Sonnenuntergänge genießen, die man nur von Postkarten kennt. Das war ihr großer Traum. Martin und Mäler suchten für ihre Flitterwochen eine richtig romantische Kreuzfahrt. Bahamas, Dominikanische Republik, Puerto Rico, Jamaika, Mexiko. Echte Traumziele. Doch bei einem Tagesausflug auf Jamaika geschah das Unglück. Die beiden wurde ausgeraubt. Ein Dieb schnappte sich die wertvollen Habseligkeiten des Paares. Da hat man mir aus meiner Hängetasche mein Handy, zwei Kreditkarten und unsere Personalausweise gestohlen. Die Formalitäten haben mich zwei Tage gekostet. Das war natürlich ein großer Schock. Trotzdem überwiegen natürlich die viele schönen Momente, die wir auf der Reise erleben konnten, so Martin zur Super-Illu. Mittlerweile haben sich die beiden von ihrem Schock erholt und freuen sich darauf, am Freitag ihre gemeinsame Single Gold und Silber zu veröffentlichen.